Am 26. Juni 2019 führen wir vom Auktionshaus Künker unsere Auktion 323 durch. Sie beginnt mit einer umfassenden Spezialsammlung von französischen Münzen und Medaillen. Anhand der darin vorkommenden Prägungen fassen wir für Sie kurz zusammen, was man über die französische Münzprägung wissen sollte. Dieser erste Teil führt Sie von der Antike bis zum Ende des Mittelalters. Gallia est omnis divisa in Partes Tres. So beginnt Gaius Julius Caesar seinen Gallischen Krieg, unsere wichtigste Quelle zur Geschichte der Keltenstämme, die vor mehr als 2000 Jahren auf französischem Boden lebten. Sie prägten Münzen und deshalb beginnt die französische Münzgeschichte schon in der Antike. Erinnern Sie sich an die Allobroger? Sie sollen Caesar wegen der auswanderungswilligen Helvetia um Hilfe gebeten und so den Gallischen Krieg überhaupt erst ausgelöst haben. Zumindest behauptet das Caesar. Dieser kleine Obol, der auf der Vorderseite einen stilisierten Kopf und auf der Rückseite einen Rat zeigt, war Geld der Allobroger und entstand direkt nach dem Gallischen Krieg. Die Parisii siedelten sich etwa um 250 vor Christus auf der Seen-Insel an und natürlich prägten sie ihr eigenes Geld. Ihre geradezu abstrakt wirkenden Goldstatere gehören zu den schönsten keltischen Münzen. Wir erkennen ein stilisiertes Gesicht auf der Vorderseite und ein galoppierendes Pferd auf der Rückseite. Nach den Kelten kamen die Römer. Auch sie prägten Münzen in Frankreich und zwar sehr viele. Seit Augustus gehörte Lugdunum, das heutige Lyon, zu den wichtigsten kaiserlichen Münzstätten. Und das war Teil der Politik. Augustus gab nämlich offiziell einen Teil seiner Macht dem Senat zurück. Natürlich behielt er selbst genügend Machtmittel, um am längeren Hebel zu bleiben. Wie er das machte, dafür ist die Münzprägung ein gutes Beispiel. Offiziell übertrug Augustus dem Senat mit großer Geste die Kontrolle über die römische Münzstätte. Doch in Rom entstand ein Bruchteil der Münzen, die für die Bezahlung der Legionen notwendig waren. Die wurden unter kaiserlicher Kontrolle in den Münzstätten der Provinz hergestellt, so vor allem in Lugdunum. Ob aber diese Epoche der Münzprägung tatsächlich zur französischen Geldgeschichte gehört, darüber kann man sich streiten. Der Sammler, dessen Sammlung in Auktion 323 aufgelöst wird, entschied sich, keine römischen Münzen in seine Sammlung aufzunehmen. Als Clodwig I. die fränkischen Stämme einigte, sich taufen ließ und das Reich der Merowinger begründete, knüpfte er an die Traditionen der Antike an und übernahm die Idee einer königlichen Münzprägung. Doch als seine Nachfolger an Einfluss verloren, annektierten andere dieses Privileg. Numismatiker kennen rund 2000 Personen, die in über 800 Orten Trienten herstellten. Man nennt sie Monetare, ohne genau zu wissen, welche Rechtsstellung sie hatten. Für dieses Stück zum Beispiel zeichnete ein Mann namens Medulfus verantwortlich. Dieser Name wiederholt sich auf Trienten aus vielen anderen Städten, so zum Beispiel aus Nancy, Amiens oder Nantes. Woher dieses Stück kommt, lesen wir auf der Vorderseite, nämlich aus Ferruziakum, dem heute noch existierenden Saint-Étienne-de-Fursac. Als die Araber Nordafrika eroberten, verloren die christlichen Herrscher den Zugang zu den Goldminen der Sudan. Immer weniger Gold war in Europa verfügbar und das wirkte sich auf die Münzprägung aus. Die Trienten wurden erst aus immer schlechterem Gold geprägt, bis sie eine reine Silberwährung ablöste. Ihren Namen erhielt diese neue Währung von der wichtigsten antiken Silbermünze, dem Denar. Und damit war die Zeit reif für eine Münzreform, die zu Unrecht immer wieder mit Karl dem Großen in Verbindung gebracht wird. Schon sein Vater Pippin erließ eine Dikt, indem er Gewicht und Feingehalt der neuen Denare festlegte. Karl der Große modifizierte die väterliche Münzordnung und erklärte den Denarius Novus in seinem ganzen Reich für verbindlich. All diese Denare zeigen auf der Vorderseite den Königsnamen, auf der Rückseite den Prägeort. Karl und seine Nachfolger profitierten davon, dass bei der Stadt Mell ergiebige Silberadern gefunden worden waren, die unter den Karolingern systematisch ausgebeutet wurden. 987 wurde Hugo Capet zum König von Frankreich gewählt. Er war damals nur ein mächtiger Adliger von vielen. Und deshalb teilt sich mit Hugo Capet die französische Münzprägung in zwei Zweige. Wir sprechen von den Monet Royale, also den königlichen Münzen, und den Monet Feodal, also den Münzen, die von den Fürsten herausgegeben wurden, die gegenüber dem französischen König eine lehnsrechtliche Verpflichtung hatten. Das ist eine königliche Münze, ein Dönier, den der französische König Philippe Auguste prägen ließ. Und diese Münze stammt von seinem bekanntesten Gegenspieler, dem englischen König Richard Löwenherz. Allerdings ist dieser Dönier keine englische Münze. Richard gab sie als Graf von Poitou heraus. Als Graf von Poitou war selbst der englische König ein Lehnsnehmer des französischen Herrschers. Und das macht den kleinen Dönier zu einem perfekten Beispiel für die Gruppe der Monet Feodal. Ludwig IX. ist bekannt wegen seiner zwei aus der Zeit gefallenen Kreuzzüge nach Tunis und seinem Beinamen der Heilige. Numismatiker schätzen ihn dagegen als realistischen und weitsichtigen Wirtschaftspolitiker. Auf ihn geht eine Verfügung aus dem Jahr 1262 zurück, dass das königliche Geld in ganz Frankreich akzeptiert werden müsse. Und er schuf mit dem Gros Tournois, eine Münze, die sich in ganz Europa verbreiten sollte. Grund dafür waren die Messen in der Champagne, wo Bankiers aus ganz Europa ihre Geldgeschäfte bereinigten und die neuesten Ideen mit nach Hause nahmen. So beeinflusste der Gros Tournois die Turnosen des Rheinlands genauso wie den Prager Groschen. 1285 kam ein Mann an die Herrschaft, der als der königliche Münzfälscher in die Geschichte eingegangen ist. Philipp IV. genannt der Schöne. Wir sehen ihn auf dieser Goldmünze. Ein Zeugnis für den chronischen Geldmangel Philipps IV. hat es sogar in die Populärkultur geschafft. 1312 ließ Philipp IV. den Templerorden auflösen, um an dessen Besitz zu kommen. Diese Maßnahme empfanden schon seine Zeitgenossen als Verbrechen. Dass das Geschlecht Philipps innert kürzester Zeit im Mannesstamm ausstarb, galt als seine göttliche Strafe dafür. Mit seinem Neffen Philipp VI. kamen die Valois an die Herrschaft. Hier sehen wir den neuen König auf einer prächtigen Goldmünze, einem Pavillon d'Or, der seinen Namen nach dem Zelt trägt, in dem der Thron des Königs steht. Philipps Anrecht auf den Thron blieb nicht unbestritten. Der englische König Eduard III. war nämlich ein direkter Enkel Philipps IV., allerdings über die weibliche Linie. Er glaubte ein größeres Anrecht auf den Thron zu haben als Philipp VI. Dies führte zu einem langen Krieg, der als der hundertjährige Krieg in die Geschichte eingegangen ist. Geldgeschichtlich hatte dieser Krieg vor allem zwei Folgen. Erstens, er brachte eine Fülle von prunkvollen Goldnominalen hervor. Diese gehören zu den schönsten Münzen des Mittelalters und sind hinsichtlich ihres Gewichts und ihres Feingehalts untadelig. Das mussten sie auch sein, denn mit diesen Münzen verpflichteten sich die französischen Könige all diejenigen, auf die sie in ihrem Kampf gegen den englischen König angewiesen waren. Genau das dürfte der Zweck dieser Münze gewesen sein, die zum Zeitpunkt ihrer Prägung im Frühjahr 1340 das schwerste bislang geprägte Goldnominal der französischen Geldgeschichte war. Sie zeigt auf der Vorderseite die französische Königskrone und untermauert damit den Anspruch Philipps VI., der einzige rechtmäßig gekrönte Herrscher Frankreichs zu sein. Diesen sehr häufigen Münztyp kennen Numismatiker als den Frank à Cheval. Mit dieser Münze kommt der Begriff des Frank erstmals in die Numismatik, allerdings ohne eine direkte Fortsetzung zu finden. Anlass für die Prägung dieses Münztyps war die unglückliche Schlacht vom Mont Pertuis, in der der französische König Johann der Gute in englische Gefangenschaft geriet. Um das Lösegeld in Höhe von drei Millionen Équidors zu bezahlen, wurden Münzen von diesem Typ in gewaltigen Mengen geprägt. Finanziert wurde all das mit den Silbermünzen, die sehr schnell und in betrügerischer Absicht immer schlechter wurden. Wir sehen hier einen Gros Tournoir von 1359. Vom gleichzeitigen Gros Étoile wissen wir, dass in sechs Monaten acht Emissionen herausgegeben wurden. Dabei wurde das Gewicht stufenweise mehr als halbiert, der Silbergehalt auf ein Drittel herabgesetzt. Irgendjemand musste das Lösegeld für Johann den Guten schließlich aufbringen. Und das waren die kleinen Leute. 1429 krönte die Jungfrau von Orléans Karl VII. zum König von Frankreich und brachte damit die Wende im Hundertjährigen Krieg. 1436 hatten sich die Verhältnisse so weit normalisiert, dass die Verantwortlichen an eine Münzreform denken konnten. Ein Zeugnis dieser Reform ist unter anderem der Équidor à la Couronne, der zur französischen Standardgoldmünze werden sollte. Und auch die Silbermünzen wurden wieder vereinheitlicht. Der Gros de Roi, von dem Sie hier ein Beispiel sehen, wurde mit einem beeindruckenden Silbergehalt von über 90% Silber ausgeprägt und galt damit als stabile Münze, der Kaufleute in ganz Europa vertrauten. Der Hundertjährige Krieg endete im Jahr 1453 mit der Eroberung von Bordeaux. Mit diesem Jahr lässt man gerne das Mittelalter enden und die Neuzeit beginnen. Und auch wir machen hier einen Einschnitt. Die Geldgeschichte der Neuzeit zeigen wir Ihnen in einem zweiten Film. Wir vom Auktionshaus Künker freuen uns, Sie zu unseren Sommerauktionen 2019 einzuladen. Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Vielen Dank.